Musik 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 Kai Schuckert macht den Hohen Schord Musik Schuckert Vorne So sieht es aus hier Andreas Molat Aufheben Musik Ja, mein Schuhgang, 21 Uhr, in der 37er-Rundenzeit eingekann. Andreas Köhler hat hier mit einer 3827-T-Band und Peter Maller, der mitfanzierte E-Leute. Aber alle immer noch relativ dicht zusammen, wie ich finde. Ja, Kai Schuhgert muss da aufpassen. Andreas Brugert drückt da unten in den Neugestall. Ja, ich bin schon mal aufpassen. Der Schuh ist ein bisschen für den Gänzchen, der ist da nicht aufkommt, aber Schuh ganz oft ohne. Die sind auch noch ganz dicht zusammen da, das Dreierpacken. Vorne aber, an der Spitze, immer noch Kai Schuka. Und Rudat ist hier richtig. Die sind auch hier, der will hier noch mal vorne stecken. Also, die Finale. 15 Jahre aus dem Vorsitzendenzimmer. Das heißt, die sind auch hier. Und dann Marius und Peter Möller. Die sind auch hier zwischen Marius und Peter Möller. Die sind auch hier. Die sind auch hier. Die sind auch hier. Die sind auch hier. Da brauchst du Angst, kein Kehling mehr. 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 Das ist ein 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 Kehling mehr.